Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin wieder zurück. Es geht weiter, endlich hier auf meinem Kanal mit neuen Videos. Ihr seht schon, es geht endlich wieder los mit Gaming-Videos. Ist ja schon sehr, sehr lange her, seit da was gekommen ist. Schon auf meinem alten OneHourMusic- bzw. J-SawTV-Kanal ist da nichts mehr gekommen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich bin zurück mit Gaming-Videos. Und ich würde sagen, wir legen direkt los auf dem GOMHD-Netzwerber mit einer Runde Minecraft Skywars. Viel Spaß. So, da bin ich jetzt auch in der Runde drin. Auf jeden Fall möchte ich jetzt nochmal ein bisschen euch erklären, wie es denn mit meinem Kanal weitergehen wird. Ob ich jetzt bei den Gaming-Videos bleibe oder was anderes mache. Was mit den Tierlist-Videos ist, weil die doch ja sehr gut angekommen sind. Ihre Videos sind absolut spitzenmäßig. Ich würde sie auch in den A-Bereich packen. Aber... Und ja, ich möchte erstmal bestätigen, es wird mit Gaming-Videos weitergehen. Ich habe da einfach... Es macht mir am meisten Spaß, Gaming-Content zu bringen. Und deswegen werde ich einfach mit dem ganzen Gaming-Stizzle weitermachen. Aber, versteht mich nicht falsch, es wird nicht nur bei Minecraft bleiben. Also in naher Zukunft vielleicht erstmal schon. Aber nicht nur die ganze Zeit. Ihr könnt mir natürlich aber auch gerne Ideen in die Kommentare schreiben. Da lässt sich bestimmt auch noch was machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer so das, was ich kurz anmerken wollte. Und jetzt muss ich mich mal kurz hier gegen den konzentrieren. Gegen den Gucci, seinen Bruder. Alles klar. Wow. Oh, schön. Ah, das sieht nicht gut aus. Der wird mich holen. Hey Leute, was war das denn? Ich bin ja voll zurückgepackt. Wie unfair. Oh Gott. Na ja, okay. Er hängt, er hängt, er hängt. Okay, er ist low, ja. Slow, ich bin full. Er denkt wahrscheinlich, dass ich deutlich schwächer bin. Ah, Mist, der hat auch einen Gap. Ja, sehr schön, da haben wir ihn. GG. Ja, auf jeden Fall. Das war nur so kurz. Das, was ich zu der Thematik sagen wollte. Erstmal wird es mit Gaming-Videos weitergehen. Ich habe ja jetzt auch in letzter Zeit mal wieder meine Freude für Minecraft entgelegt. Jetzt auch, wo ich den neuen PC habe. Also ich kann auch erst jetzt perfekt aufnehmen. Mehr oder weniger. Wo ich den neuen PC habe. Davor war das gar nicht so wirklich. Möglich. Okay. Dann machen wir mal gegen ihn. Ja, mehr habe ich eigentlich auch dazu nicht mehr zu sagen. Also, falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr Gaming wünscht und so habt. Ab in die Kommentare damit. Ich habe jetzt vor ihr da ein bisschen Schiss. Aber wenn ich eine EP habe. Okay, die kommt von da hinten. Was hat der Typ, das TNT nicht merkt? Oh Gott. Vielleicht gegen ihn feiten? Ja, kommt gerade ab. Egal, ich lasse die einfach. Ich kämpfe jetzt gegen ihn hier. Alter, kommt das TNT her. Oh, das war's dir mal ganz gut. Von dem da oben, ne? Ja, von dem da oben. Okay, der ist echt nicht schlecht. Fuck. Der ist wirklich gut. Kommt der noch hinterher? Ah, ne. Habe ich irgendwie noch ein besseres Schwert? Ne, leider nicht. Ja, der ist echt gut, der Typ. Ey, der ist wirklich verdammt gut. Krass. Der Kommut mich ja echt weg. Not bad. Ich mache mal den hier. Was ist denn jetzt hier mit dem? Oh Gott. Ich darf jetzt hier nicht mein Schwert droppen. Ah, okay. Die kämpfen. Soll ich versuchen abzustauen? Oh, der Typ verkackt auf jeden Fall gerade ordentlich gegen den. Ich komme von hinten. Fuck, er lebt. Das war nicht so cool. Ja, okay, der baut sich jetzt nach oben. Ich hau mal ab. Ist mir zu gefährlich, gegen den zu kämpfen. Dann soll er sich halt salven. Der andere lebt da auch noch, oder? Ja. Okay, der haut gerade ab. Der kommt jetzt hierher. Aber der andere ist hinter ihm. Ah, ich weiß nicht. Und der andere baut sich dann nur nach oben. Okay, der will jetzt kämpfen. Problem ist, mein Schwert macht auch nicht mehr lange mit. Das geil ist halt, der andere lebt noch und kommt jetzt. Oh, nee. Das wird's gewesen sein. Alter, wie gut ist denn der? Was zur Hölle? Krass. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, das war's auf jeden Fall jetzt mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, das kleine Erklärungsvideo hat euch jetzt auch ein bisschen weitergeholfen, wie es mit meinem Kanal weitergehen wird. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein Minecraft-Video sein wird. Bis dahin, habt alle noch einen schönen Tag. Haut rein. Und ja. Bis zum nächsten Mal.